So Freunde, da bin ich wieder. Hier ist der Mann der guten Laune. Es sind immer noch geschätzte 27 Grad, wenn nicht noch mehr. Mir tropft der Schweiß um die Uhrzeit. Welch ein Scheiß. Ja, was ich euch zeigen möchte, ist diese Blütenpracht. Es sieht wirklich Hammer aus. Wirklich. So sieht es bei uns aus. Ja, klasse, oder? Freunde, so muss es sein. Ich gehe ja kaputt. Ich muss jetzt ins Haus. Ich gehe kaputt, denn hier halte ich es nicht mehr aus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße alle Regionen, die mich da draußen sehen. Und ich wünsche euch eine angenehme Nachruhe. Auf Wiedersehen.